Du hast Probleme in Latein? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung. Auf meiner Website findet ihr Massen an Lerntutorials, Übungen, Klausuren zu allen Themen perfekt auf den Lernstoff angepasst. Werde jetzt einer von vielen Usern und gehe den Weg zur einzelnen Latein. Link in der Beschreibung. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon im heutigen Titel gesehen habt, geht es heute mal um das PPP in Latein. Ich habe ja bereits schon mal so ein kurzes Video dazu gemacht und heute mache ich einfach ein etwas ausführlicheres Video zu diesem Thema. Und falls dich für das heute wenigstens hier ist, kannst du gerne natürlich bis zum Ende dranbleiben. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Video. Kommen wir zunächst erstmal zu den Basics und fragen uns, was ist denn überhaupt so ein PPP? Und zwar PPP ist eine Abkürzung und steht für Partizip Perfekt Passiv. Das bedeutet, ein PPP ist einfach nur ein Verb, das in Perfekt Passiv steht und nominalisiert wurde. Des Weiteren ist noch wichtig zu wissen, dass ein PPP auch ein Bezugswort hat. Also dieses gehört im Prinzip zu dem. Und eine weitere Eigenschaft dazu ist, dass das PPP und das Bezugswort in einer KNG-Kongruenz stehen. Somit haben sie eben den gleichen Kasus, den gleichen Numerus und den gleichen Genus. Dabei ist ebenfalls noch wichtig zu wissen, dass das Bezugswort eben kein Adjektiv oder kein Adverb sein kann, sondern es muss eben ein Substantiv sein. Hierbei ist ebenfalls noch wichtig zu wissen, dass das PPP dekliniert wird mit der A- und mit der O-Deklination. Also hier in dem Fall die A-Deklination für Femininum, die O-Maskulinum für eben Maskulinum und die O-Neutrum für Neutrum. Dabei kann sie natürlich auch in allen Kasi, Numeri und Geni stehen. Und gleich noch fürs Übersetzen ist noch wichtig zu wissen, dass das PPP immer vorzeitig übersetzt wird. Und nun gehen wir jetzt erstmal darauf ein, wie man denn überhaupt so ein PPP bildet. Und dann gehen wir wie gesagt auf die anderen Punkte noch darauf ein. So jetzt die Bildung des PPPs. Hier haben wir einmal die regelmäßige Bildung. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die A-, E- und I-Konjugation eigentlich häufig regelmäßig bis fast immer regelmäßig dekliniert bzw. konjugiert werden. Hier ist die Bildung relativ einfach. Den Präsensstamm plus T plus eine Endung. Und die Endung ist natürlich eine Endung der O- oder der A-Deklination. Hier ist dafür mal ein Beispiel. Lauda ist der Präsensstamm, dann das T und dann die Endung. Us. In dem Fall ist es dann hier Nominativ Singular Maskulinum. Kommen wir zur unregelmäßigen Bildung eines PPPs. Dabei ist es vor allen Dingen wichtig, dass es die Konsonantische und Gemischte Konjugation häufig betrifft. Da bei diesen eigentlich relativ viele Unregelmäßigkeiten ansonsten schon auftreten. Hier ist wichtig die dritte Stammform zu lernen. Die dritte Stammform findet ihr immer, wenn ihr Vokabeln lernt. Vor allen Dingen wenn ihr Verben lernt, gibt es immer mittlere Formen. Die erste ist meistens, das kommt natürlich auf euer Buch drauf an, die meiste ist immer erste Person Präsens. Danach kommt die erste Person Perfekt. Und daraufhin kommt die dritte Stammform und das ist im Prinzip die PPP Stammform. Diese müsst ihr auswendig lernen und wenn ihr die dann eben habt, müsst ihr dann einfach nur die Endung ändern. Für dieses Beispiel wäre jetzt hier Kaptus. Da haben wir Kapt als unsere dritte Stammform und dann Us als unsere Endung. Kommen wir nun zum Erkennen des PPPs. Das ist natürlich auch sehr wichtig, damit man überhaupt nachher weiß, wann muss man jetzt das PPP so übersetzen. Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Plan für euch, dass ihr eigentlich ein PPP gar nicht mehr übersehen könnt. Zunächst einmal sucht ihr nach einer T-Form oder einer dritten Stammformform. Also hier haben wir dann in dem Fall meist eigentlich eine T-Form. Also ihr könnt so sagen wir mal 80% der Fällen davon ausgehen, dass ihr eine T-Form habt. Ansonsten müsst ihr eben in diesen 20% der Fällen müsst ihr eure Vokabeln lernen. Und wenn ihr die Vokabeln gelernt habt, sucht ihr eben nach einer dritten Stammform. Dabei achtet ihr dann vor allen Dingen auf die Endungen der A- und der O-Deklination. Der zweite Punkt ist dann, ihr bestimmt die in Frage kommenden Wörter genauer. Wenn es ein Verb ist, dann habt ihr ein PPP. Und wenn es kein Verb ist, dann habt ihr eben ein anderes Wort, das so ähnlich aufgebaut ist, aber das dann wirklich kein PPP ist und dann eben auch nicht als PPP übersetzt wird. Wenn ihr dann euch sicher seid, hier haben wir ein PPP, dann sucht ihr nach einem Bezugswort. Dieses muss eben in der KNG Kongo entstehen. Wenn ihr das dann gefunden habt, dann habt ihr schon mal ein Bezugswort und das PPP. Diese unterstreicht ihr dann beide und dann könnt ihr noch die Wörter, die eben zwischen dem PPP und dem Bezugswort stehen, auch noch unterstreichen. Weil diese werden nämlich in das PPP mit reingezogen und können nicht außerhalb übersetzt werden. Das bedeutet, wenn zwischen dem PPP und dem Bezugswort noch Wörter stehen, könnt ihr sich nicht auf ein Wort, was außerhalb des PPPs steht, beziehen. Kommen wir nun zum Übersetzen des PPPs. Hier haben wir mal einen Satz vorbereitet und zwar Markus Laudatus in Horto Ambulat. Zunächst einmal sucht ihr wie bei jedem anderen Satz nach dem Prädikat, denn wir gehen jetzt einfach so vor, als wäre es ein ganz normaler Satz und wir stoßen erst nachher auf das PPP, wie es eigentlich in den meisten Sätzen ist, denn man muss ja immer an jeden Satz gleich rangehen und dann kommt man erst darauf, dass hier zum Beispiel ein PPP drin ist und dann übersetzen wir es auch als solches. Also zunächst das Prädikat, Ambulat, er, sie, es geht spazieren. Dann suchen wir nach dem Subjekt, Nominativ ist Markus, also Markus geht spazieren. Danach stoßen wir auf den Rest, denn wir bestimmen dann erst mal den Rest und Laudatus ist in dem Fall ein PPP, das eben im Nominativ Singular Maskulinum steht. Danach suchen wir das Bezugswort, also suchen ein Wort, das im Nominativ Singular Maskulinum steht und das ist in dem Fall Markus. Also ist Markus unser Bezugswort. Markus wurde gelobt oder der gelobte Markus kann man es übersetzen, denn wir haben ja gerade eben gehört, es ist Perfekt, also Vergangenheit, kann man auch als Imperfekt theoretisch übersetzen und dann eben noch, als zusätzliches ist es ein Passiv. Also es passiert etwas mit Markus in dem Fall. Markus wurde gelobt oder der gelobte Markus. Der gelobte Markus wäre in dem Fall einfach nur wörtlich übersetzt und Markus wurde gelobt ist dann nochmal als eigentlich eine Art Nebensatz übersetzt beziehungsweise je nachdem, wie man es übersetzt, auch als Hauptsatz. Danach übersetzt ihr noch den Rest, das ist hier in dem Fall in Horto, also im Garten. Das Ganze ist Applativ, also eine Ortsangabe und keine Richtungsangabe. Dann fügt ihr das Ganze zusammen, also der gelobte Markus geht im Garten spazieren. Hier würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal immer versuchen, das Ganze wörtlich zu übersetzen. Wenn euch das Ganze wirklich sehr schräg anhört, dann könnt ihr auch zum Beispiel andere Methoden benutzen, zum Beispiel einen anderen noch mal Nebensatz mit einbauen, aber ansonsten am besten immer wörtlich übersetzen, weil ihr dann einfach auf der sicheren Seite seid und der Satz so auch relativ kurz gehalten wird. Hier sehen wir dann auch das Ganze, das ist Vorzeitigkeit, denn der gelobte Markus geht im Garten spazieren. Das eine ist in der Vergangenheit passiert, also der gelobte Markus, das ist in der Vergangenheit und geht im Garten spazieren ist in der Präsenz, also in der Gegenwart. Somit hat man eine Vorzeitigkeit und eine wörtliche Übersetzung, wie gerade eben schon angedeutet. Und ja, wie ihr bestimmt schon im heutigen Titel gesehen habt, geht es heute mal um das PPA in Latein. Ich habe zu dem Thema ja schon mal ein Video gemacht und heute kommt mal so ein bisschen ein kleines Update-Video. Heute werden wir mal ein bisschen noch genauer drauf eingehen und falls dich dafür heute interessiert, würde ich mich darüber sehr freuen, wenn du einfach bis zum Ende dranbleiben würdest und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Kommen wir zunächst erstmal zu den Basics, also ich gehe hier nochmal ganz aufs PPA ein. Zunächst beschäftigen wir uns deshalb damit überhaupt, was denn ein PPA überhaupt ist. Und zwar PPA steht für Partizip Präsenz Aktiv. Somit kann man im Prinzip sagen, dass es ein Verb ist, das in Präsenz Aktiv steht und nominalisiert wurde. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Zum PPA gehört außerdem ein Bezugswort. Das PPA und das Bezugswort stehen dabei in einer KNG-Konkurrenz. Was das ist, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, aber grundlegend kann man dazu eigentlich sagen, dass einfach das Bezugswort und das PPA im gleichen Kasus, Genus und Numerus stehen müssen. Wichtig dabei ist noch zu wissen, dass das Bezugswort eben kein Adjektiv oder kein Adverb sein kann, sondern es muss eben ein Substantiv sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist zu wissen, dass das PPA eben mit der konsonantischen Deklination dekliniert wird, falls ihr das PPP schon kennt, dort ist es ja so ein bisschen anders. Dort wird es ja mit der A und mit der O-Deklination dekliniert. Hier ist eben ganz wichtig, dass man die konsonantische Deklination nochmal wiederholt. Und dabei ist auch wichtig zu wissen nochmal, es kann eben in allen Kasi, Numeri und Geni vorkommen. Und ebenfalls noch eine wichtige Information für gleich, wenn wir ans Übersetzen gehen, ist eben, dass das PPA immer gleichzeitig übersetzt wird, nicht so wie zum Beispiel das PPP, das ja vorzeitig übersetzt wird. Kommen wir nun zur Bildung des PPAs. Hier ist wichtig zu unterscheiden, man hat einmal so eine regelmäßige Bildung und einmal eine unregelmäßige Bildung. Zur regelmäßigen Bildung gehören meist die A-, E- und I-Konjugationen. Diese sind häufig regelmäßig, aber auch nicht in allen Fällen. Hier ist ganz wichtig zu wissen zur Bildung, man benutzt den Präsensstamm plus NS, also die Form NS oder eben NT und darauf die Endung. Was heißt das jetzt hier NS oder NT? NS wird einfach immer nur im Nominativ benutzt, also in der ersten Form und danach wird immer in T benutzt. Das kennt man ja auch schon bereits zum Beispiel bei der Bildung des Futurs, falls ihr das schon gemacht habt. Aber ansonsten könnt ihr euch einfach nur merken, Singular, Nominativ, immer NS-Form benutzen und da kommt dann eben auch keine Endung dran und ab dann eben die NT-Form plus die Endung. Ein Beispiel dafür wäre jetzt hier Laudare. Dort benutzt man eben den Präsensstamm, der ist Laudar. Dann benutzt man NT, da es eben nicht der Nominativ Singular ist und eben ein I. Das wäre dann in dem Fall Dativ, Singular, entweder Maskulinum, Neutrum oder Femininum. Hier hat man eben in allen Geni so gesehen die gleiche Endung und deswegen kann man es jetzt nicht so einordnen. Darauf müsst ihr auf jeden Fall achten beim PPA. Dort habt ihr meist relativ viele Möglichkeiten, die in Betracht kommen können. Also müsst ihr da immer vom Fall zu Fall unterscheiden. Also was wird Sinn machen, welches Bezugswort würde jetzt in dem Fall Sinn machen. Und nun kommen wir zur unregelmäßigen Bildung. Die ist zum Glück relativ einfach, zumindest verglichen im Gegensatz zum PPP. Denn hier hat man auch die Konsonantische und Gemichte, die häufig unregelmäßig sind. Jedoch benutzt man auch hier den Präsensstamm und dann ein Sprechvokal bei manchen, zum Beispiel bei dem Wort Kappere. Dann die NT-Form und ganz normal die Endung, wie das auch oben ist. Hier in dem Fall jetzt Kapi ist der Präsensstamm. Dann benutzt man ein E. So Sprechvokale entstehen ja immer schon ganz früher, als die Sprache noch gesprochen wurde. Das wurde einfach mit der Zeit, dann eben wurde ein E eben noch hinter Kapi gebracht, damit man es eben besser aussprechen kann. Und dann kommt eben wieder dieses NT und das I als Endung. Somit könnt ihr es eigentlich bei jedem Wort bilden. So nun kommen wir auch noch zu einem wichtigen Punkt, nämlich dem Erkennen des PPAs. Hier habe ich euch einen Schritt-für-Schritt-Plan gemacht, wie ihr das am besten macht. Der erste Punkt ist auf jeden Fall, ihr sucht nach einer NT-Form, also oder nach einer NS-Form, je nachdem, aber meistens eigentlich NT-Form häufiger. Also guckt, ob ihr irgendein Wort findet, was eben ein NT im Wort hat oder ein NS im Wort hat, vor allen Dingen am Ende des Wortes. Dabei achtet ihr dann nochmal auf Formen, die eben das NT plus eine Endung der konsonantischen Deklination haben. Also wenn es jetzt eine Endung zum Beispiel der O oder der A ist, dann müsst ihr da eben gucken, ob es vielleicht ein PPP ist, aber kein PPA. Aber hier, wie gesagt, nur darauf achten, wenn es eben eine konsonantische Deklination ist, beziehungsweise einfach eine NS-Form ist. Danach bestimmt ihr eben die in Frage gekommenen Wörter, also guckt wirklich, ob das Ganze ein Verb ist oder kein Verb ist. Wenn es eben ein Verb ist, dann könnt ihr weitergucken, dann habt ihr nämlich ein PPA. Und wenn es kein Verb ist, dann ist es eben kein PPA, denn ein PPA besteht immer aus einem Verb und kann niemals ein Substantiv oder ein Adjektiv oder ein Adverb sein. Das ist dann eben das Bezugswort. Das Bezugswort muss natürlich ein Substantiv sein, aber hier das PPA in dem Fall muss eben ein Verb sein. Wenn ihr euch also sicher seid, dass es ein PPA ist, dann sucht ihr nach dem Bezugswort. Hier achtet ihr eben auf die KNG-Kongruenz. Wenn ihr das dann eben gefunden habt, dann unterstreicht ihr am besten beide Wörter und falls noch Wörter zwischen dem PPA und dem Bezugswort sind, unterstreicht ihr die ebenfalls, denn die werden nachher in der Übersetzung mit in dieses PPA gezogen und werden nicht außerhalb übersetzt. Also kannst du zum Beispiel jetzt nicht ein Wort, das zwischen dem PPA und dem Bezugswort steht, noch auf ein Wort, das außerhalb dieses PPA steht, beziehen. So, nun kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt, nämlich dem Übersetzen des PPAs. Hier haben wir jetzt mal einen Satz, ganz einfach, Markus Laudanz in Horto Ambulat. Zunächst einmal gehen wir damit um, wie mit jedem anderen Satz, denn wir wissen ja am Anfang noch nicht, ist hier jetzt ein PPA drin oder ist hier kein PPA drin, deshalb gehen wir jetzt einfach so vor wie bei jedem Satz. Zunächst suchen wir nach dem Prädikat, das hier ist Ambulat, also er, sie, es geht spazieren. Das zweite, was wir dann machen ist, wir suchen nach dem Subjekt, das ist Markus in dem Fall, also Markus geht spazieren. Das dritte, was wir dann machen, ist den Rest eigentlich bestimmen, da wir hier auch kein Akkusativ haben und dann gehen wir natürlich von vorne bis hinten durch und dann haben wir erstmal Laudanz. Laudanz fällt uns schon mal auf, eine NS-Form, somit haben wir hier einen Nominativ im PPA. Hier ist dann als Bezugswort auf jeden Fall die einzige Möglichkeit Markus, denn Markus steht auch im Nominativ Singular und ist somit das Bezugswort für unser PPA, nämlich Laudanz. Übersetzen tut man es dann im Prinzip so, der lobende Markus. Warum übersetzt man das Ganze so? Im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, ein PPA ist immer etwas, was aussagt, was jemand gerade tut. Wörtlich übersetzt heißt ein PPA immer, wenn es alleine steht, lobend zum Beispiel. Also Laudare wird jetzt, Laudanz wird jetzt heißen lobend oder gehend. Genau das ist die wörtliche Übersetzung und wenn man es eben auf das Bezugswort bezieht, dann hat man hier in dem Fall der lobende Markus oder der liebende Markus, wenn es jetzt zum Beispiel lieben wäre in dem Fall. Aber hier in dem Fall mit loben würde es einfach heißen der lobende Markus. Dann noch übersetzt ihr den Rest, das ist hier in dem Fall in Horto. In Horto steht im Applativ, also es ist eine Ortsangabe und keine Richtungsangabe, also im Garten. Und dann fügen wir das Ganze noch zusammen, was wir jetzt übersetzt haben. Also der lobende Markus geht im Garten spazieren. Es ist wichtig hier nochmal sich klar zu machen, das Ganze ist eine Gleichzeitigkeit. Also hier der lobende Markus geht im Garten spazieren. Lobende ist hier in dem Fall dann auch Präsenz und Spazieren ist dann auch Präsenz. Somit haben wir hier eine Gleichzeitigkeit. Und wie gesagt hier auch eine wörtliche Übersetzung. Dort habt ihr dann meist eigentlich weniger Schwierigkeiten mit dem Zeitverhältnis. Aber wenn ihr es eigentlich immer so macht, dann habt ihr vielleicht nicht das schönste Deutsch. Aber es ist zumindest grammatikalisch richtig, wenn ihr es eben wörtlich übersetzt. Bei anderen Möglichkeiten das Ganze zu übersetzen, habe ich noch Videos gemacht, die ihr euch auch nochmal angucken könnt. Ansonsten ist das eigentlich so das Wichtigste, sind die Basics zum PPA für eure nächste Klausur. Falls ihr euch mit dem Video helfen konntet, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao. Tschüss. Vielen Dank.